So, wir sind wieder auf Sendung, Herr Hausner. Aber der hat ne geile Springmann hier, der macht sich so schön rund. Und vor allem der ist so easy zum Springen. Ich sag dir, wenn ihr einmal gesprungen seid, das wird euch so einen Spaß machen. Da willst du nie wieder aufhören. Ja. Ja, hier der eine Stahlsprung, der ist schon ganz hoch. Aber das schüttelt ja mal locker aus dem rechten Handgelenk. Das ist für den gar nichts. Der kann so geil springen, das ist echt der Hammer. Und das macht so einen Spaß mit dem. Mach das ein, zwei Mal mit dem. Ja, wenn du Vertrauen zerstörst.